Der Unternehmertag ist ein powervolles Eintagesseminar voller Inspirationen für klein- und mittelständische Unternehmer. Meistens stürzen wir uns als Unternehmer in die Arbeit. Wir machen und tun das, was eigentlich unsere Mitarbeiter, was die Fachkräfte tun sollten und wir vernachlässigen die eigentliche Unternehmeraufgabe, nämlich unser Unternehmen weiterzuentwickeln. Am Unternehmen statt im Unternehmen zu arbeiten. An diesem Tag wird es um sehr viele Themen aus dem Unternehmerdasein gehen. Es ist ein Tag, wo du aus dem Hamsterrad mal rausschaust, mal von draußen auf deine Firma schaust und dieser Tag kann einer der wertvollsten Tage deines Unternehmerlebens werden. Ich sage das, weil ich selbst immer wieder diese Erfahrung mache. Ich bin in den letzten Jahren in so vielen Brainchasts, wo ich mich mit anderen Unternehmern bespreche, wo ich wirklich mal rausgehe, mir das mein Tagesgeschäft anschaue und nur allzu oft rutschen wir wieder hinein. Anstatt zu lernen, bessere Prozesse anzuwenden, zu schauen, welche Aufgaben sind wirklich die, die ich selber machen muss. Welche können auch meine Mitarbeiter oder andere machen? Was kann ich outsourcen vielleicht an Freelancer oder auch an externe Partner, die mich dabei unterstützen? Was muss ich wirklich selbst machen? Was sind eigentlich Unternehmeraufgaben? Wie kann ich mehr Zeit am Unternehmen arbeiten statt im Unternehmen? Welche Aufgaben sollte ich besser sein lassen? Wo müsste ich mal wirklich aufräumen, um effizienter zu werden? Die meisten Unternehmen schleppen im Laufe der Zeit so viel Müll mit sich herum. Aufgaben, die einfach nichts bringen, werden sie gleichzeitig das, von denen sie wissen, dass sie damit erfolgreich wären, nicht in dem Umfang machen, wie sie es denn tun könnten, wenn sie sich von dem anderen Ballast entledigen würden. Es geht um Mitarbeiter, es geht um Motivation, es geht um Ziele, das, wo du hin möchtest. Es geht darum, wie kannst du deinen Umsatz skalieren. Es geht darum, auch ein bisschen mit anderen Unternehmern in Kontakt zu kommen, in Austausch zu kommen und an der Zukunft deines Unternehmens zu arbeiten. Ich würde mich freuen, dich an diesem Tag begrüßen zu dürfen. Wir haben den Tag sensationell günstig gemacht. Frühbucherpreis 99 Euro plus Mehrwertsteuer. Allein, wenn man sich die Bücher kaufen würde, um an die Informationen heranzukommen, würde man definitiv mehr bezahlen. Und du bekommst, sie einfach aufbereitet, mundgerecht serviert, mit ganz viel Spaß in einem angenehmen Umfeld mit anderen Unternehmern. Nutz die Chance, um als Unternehmer zu wachsen. Ich freue mich, dich dabei zu begleiten. Es wird ein toller Tag. Komm, mach mit!